äh, repliziere bitte Kohle so, mach hier, Goldzeug mitnehmen alles abbrechen was Goldzeug braucht und dann nochmal einen Auftrag geben geht jetzt einen Ticken schneller brauche aber immer noch eine Weile hier unten ist schon alles schön hellblau das ist gut upgrade doch mal die Anlage da die ganzen gelben sind dann über ja, wir müssten die gelben theoretisch auch irgendwo aufbauen wo wir noch Platz haben und wir haben ja relativ viel Platz in der Basis also ich könnte eigentlich ein Blueprint machen mit gelben Solar Panels und Akkus und den Rest der Basis hier im Westen aber dann mit Zugleistern aber wir können sie ja nicht recyceln das bitte auch noch aufstufen sehr gut so, erste Produktivitätsmodule MK4 fließend vom Band plus 25% Produktivität aber auch viel mehr Stromverbrauch und viel mehr Pollution aber das das war abzusehen und das ist okay nix was Liga Tränke braucht ich kann es nicht ne Boot ne ich hätte lieber jetzt bessere Schilde welches davon ist jetzt unseres was wir gerade machen Popware das braucht blaue Dinger 14 Aien-Artefakte das ist ein bisschen viel, oder? die hier können wir schon bauen brauchen auch 10 Aien-Artefakte höh werden ganz schön teuer gab es bessere Laufdinge? Exoskelett MK2 ja hier Brauch Speed Module Stahl und ja das ist alles sehr gut machbar und kostet fast gar nichts an Trinken jo mach 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 wir wollen bessere Gehhilfen haben so du geh schon mal hier hin und dich mal raus tu dich da rein dann haben wir 85% mehr Produktivität schick 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 so euch wollen wir auch noch ausstufen ja also ich mach jetzt schon mal hier die Module weiter weil das ist einfach nur ein Krampf und die werden wir immer wieder brauchen sowohl Speed als auch Produktivität und überhaupt alle das heißt ich klaue mir jetzt wieder unten mal wieder von der leeren Fabrik was achso von der leeren Fabrik das Muster hier und nimm das mit nach oben so was hatten wir denn zuerst gerne Produktivitätsmodule aus aktuellem Anlassen das heißt hier sind jetzt 1, 2, 3 hier kommt das 4er hin da das 5er beschränkt sind die Kisten komischerweise nicht also beschränken wir sie das können wir oh wir haben keine Ärmchen vordere Ärmchen blaue Ärmchen ganz viele also von da nach da können wir es rüber schieben das heißt wir brauchen keine 3er in der Anforderung wir brauchen allerdings Logic Boards Solder und Integrated Electronics Integrated Electronics Solder beides nicht ganz so viel so so und die lila Logic Boards die da auch nicht so viele danke 10 und dazwischen einen davon wo bleiben die Integrated Electronics nächstes Exoskelett braucht ebenfalls nicht so viel Research mal gucken wie schnell wir werden wenn wir davon ein ganzes Inventar voll haben wow 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 kann wahrscheinlich wirklich Kreise um die Berserker rumrennen also und dich können wir auch schon mal verbreiten du bekommst also du musst jetzt das 4er anfordern weil ich hier keinen super langen Arm zwischenpappen will das heißt du hättest gerne 4er Module 10 Stück du hättest gerne ebenfalls Logic Boards 10 Stück Solder Integrated Electronics Goldzeug Unpolished Rubies das wird immer teurer so Integrated Electronics da und den Ruby 5 Stück 5 Stück bitte nur tut die anderen wieder hier rein damit sie zurücksortiert werden Dich weg Dich weg Dich weg Euch weg Euch weg Euch weg Euch weg Dich weg 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 Alles gut Weg 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 So wird langsam und Deals Nächste Stufe Das kann doch nicht sein Die brauchen einfach immer nur mehr aber die brauchen nicht technologisch was höheres sondern die brauchen einfach nur mehr von dem Low-Tech Zeug Das reicht mir glaube ich langsam Was ist mit den Schilden hier? Die brauchen eine Erinnerfakte Die brauchen auch Erinnerfakte Also Schilde können wir nicht so einfach aufstufen Personal Defense Laser Was bist du denn? Personal Defense Laser MK2 Personal Laser Defense 1 Es wird immer höher Damage ist aber 7,5 Shooting Speed 3 pro Sekunde Okay das ist ordentlich 6 pro Sekunde 6 pro Sekunde 5,5 Schaden Das wären schon 33 Laser Schaden pro Sekunde Das geht hoch bis 72 72 Und der 20er Reichweite Und davon kann man mehrere reintun Weil die sind nur 2 mal 3 groß Gerade wenn man später eine Powerrüstung MK5 hat oder so Wäre also interessant Aber Nicht so überragend für mich gerade Weil das dauert eine Weile bis es interessant wird Ich hätte gerne Batterien brauchen wir nicht Wenn wir die ganzen Hohen davon haben Ne ich würde ganz gerne Gott Modul Erschaffen Will ich das wirklich? Wäre nicht so ein reines Produktivitätsmodul Weiter erforschen sinnvoller? Wo sind die überhaupt? Raw Speed Modul? Green Modul? Da Raw Productivity Bräuchte den vorher Ja mach mal den So Go Und wir haben hier Produktivitätsmodul Tu die bitte Da rein Raus, raus, raus Rein 105% Produktivität Okay Wir müssen jetzt auch was töten Sonst kriegen wir nicht genug Alien Fragmente Um die anderen Sachen zu basteln Also mach das bitte auf Tu dich bitte da rein Nimm dich mal raus Brech die Sache ab Und bau Exos Geo Speed Modul und Eisenzahnräder fehlen mir Ja gib mir bitte Eisenzahnräder Da 200 Stück Und dann die Speed Module Die ich mir hier klaue Da Und dann machst du Was? Ach, einer sogar nur Ja, tut mir leid Wir haben zu gute Module Tu die bitte da rein Achso, die Zweier brauchen wir für die nächste Stufe, ne? Ja, okay Ja, damit Ja, damit Ja, da Mit der Hälfte, so Da Mach gleich einen Dreier draus Dann kannst du die Zweier hierhin zurücklegen Und die eine hierhin, weil die will ich gar nicht wirklich haben So Ich denke mal, einer davon reicht vorerst Von den besseren Also vergleichen wir mal Wir joggen jetzt hier so ganz gemütlich Jetzt tue ich mal das da rein Oh, es hat sich verdoppelt Hihihihi Waaah Zocker, 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 zocker Das klingt gut Ich muss nur dran denken Ähm Wir haben jetzt noch keinen richtigen Klon Ich bin noch nicht ganz fertig damit geworden Äh Und meine Schilde sind nicht besser Also wir halten nicht mehr aus als vorher Äh Wobei ich jetzt ein paar Schilde bauen könnte Ja, ja Da kommt ein Angriff Macht Achso, Roboport MK2 Bitte mal hierhin Und Die Sachen da einsacken Genau Fünfer Produktivitätsmodule Die letzten noch abliefern Und dann können wir auch los Genau Du Da, 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 da Sind jetzt alles Fünfer Und wir sind bei 125% Produktivität Schöne Sache Oh Alles Kleinkram hier Mit dem Die abbrechen Zehn Stück sollten erstmal reichen Die Basen vor der Haustür lassen wir in Ruhe Die Basis da unten aber auch Weil die ist mit dem Dicken zu groß Wir suchen jetzt einfach irgendwas Neues, Kleines Wo wir schon rumballern können Du bist zwar klein, aber du bist noch im Smog-Bereich Da ist eine neue Basis Die da Gerade frisch aufgeploppt Die da ist klein Ja, ja, nicht ablegen jetzt Mach, mach hier Dinge Lassen kündigen Euch gibt es also auch schon Batterie wird weniger Das sollte eigentlich nicht passieren Aber sie hält sich ziemlich lange Ist okay Die mal mit Königin auf jeden Fall mit Und weiter Weiter, 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 weiter Das heißt, die Schilde hier zu bauen Macht gar nicht so viel Sinn Weil die können wir eh nicht durchgehend aufrechterhalten Aber es ist gut für den Initial-Schaden Dass wir den aushalten können So, da ist ein Dreier-Spawner-Gebiet So, 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 so Ein Spawnerei Zip, zip Oh, paar Könige Und die nächste Basis getriggert Ah, ist okay, ist okay. Kleinen Kram weg. Wie viele haben wir jetzt, Könige? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist noch vertretbar. Jetzt sammle ich die Leichen hier ein und laufe gleich zur nächsten Basis. Und dann, danach gehen wir mit dem ganzen Schwung nach Hause. Und sie dürfen sich die Tür mit umkümmern. Oh, da ist noch eine Basis. Lü, lü. Okay. Ja, 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 ja. Ich habe keine... Die habe ich nicht. Keine davon mehr. Blut, Blut überall. Gäbe es einen portablen Bluttank, was ein wenig makaber ist, dann wäre es nicht einfach. Ich muss vorsichtig sein, dass mir die Energie jetzt nicht ausgeht für Ehehilfe, also die Exoskelette. Aber scheint sich soweit wunderbar aufzugehen. Okay. Kommen die Könige auch hinterher oder bleiben die jetzt irgendwo hängen? Ja, gehen wir mal nach Hause. Angriff ganz im Westen. Was war da? Da waren Außenposten von uns, oder? Ja, wahr. Und zwar einer, der sich nicht reparieren kann. Wo wir gerade alle unsere Viecher hinlocken. Da sind wir das da alles mit. Da ist die Laser. Rot und blau und grüne Laser. Was war da? Splitter, Splitter. Oh oh. Schnell alle abweißen. Schnell alle abweißen. Das war meine Schuld. Ich habe irgendeine Stromleitung geklappt. So, ich habe recht viel Tungsten geschnappt. Das ist okay. Ja, hier unten zerstört. Das ist okay. So, Könige hinterherkommen. Hinterherkommen, hinterherkommen. Hier runter.